Nein, noch nicht ganz. Ein bisschen brauche ich noch. Auf, auf. Können wir? Ja. Ist das Baby auch da? Weiß ich nicht. Gut, dann. Firma 4 Chaos. Und dann ist es echt absolutes Chaos. Nio Tokio. Kauf auf. Zeug. Ja, ja. Das geht nicht rein. Kann ich rein? Nein. Oh. Oh. Man. Boah. Natürlich springe ich daneben, ist ja klar. Sauber, Baby, sauber. Sauber, sauber. Kann ich schön lang gemacht. Ja. Ja. Das gibt's nicht, ey. Wie willst du das Ding bitte abwehren? So schnell kannst du gar nicht hoch springen. Na ja, weil auch keiner mit hingegangen ist. Von uns sind eigentlich, wir sind alle stehen geblieben. Wenn wir natürlich die Dinger treffen so. Ist ja drin. Ja. Dann haben sie stehen selber ein bisschen. Ausgaben. Das ist sehr klar. Okay, das ist alles gut. Ausgaben. Na ja, der dreht sich wahrscheinlich. nicht da rein nehmen oder so aber der mit den krönchen ins türchen so gut aber ich habe mich doch nicht das gerade von euch ich komme ich daher Genau, Kev. Ja, aber der reicht nicht. Der war komplett ohne Boost gespielt. Aber der... Nee, 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 nee. Der geht vorbei. Nee, der geht doch nicht. Die Richtung passt, aber leider nicht die... Oh, ey, dieses Grämpel, das geht mir auf den Keks, ey. Ich mach's. Der zweite geht. Spiegel dreht. Ja, du hast ja reingeschnogen, will ins Tor, ey. Ja, du hast damit gerechnet, dass der durchgeht. Aber gut, spekuliert dazu. Schade. Ja. Na, ich bin komplett aus dem Morgen verloren. Ich kam nicht hin. Und dann war ich komplett orientierungslos. Komm, egal, ich 3-3. Die Leute sind jetzt gerade schon ein bisschen besser als vorher. Tschö, Markus. Na, gut nachgegangen, gut nachgegangen. Oh, sorry, Kev. Nein. Da hast du mir den Winkel ein bisschen zerstört. Egal, alles gut. Komm, Leute. Alter, was ist das für ein Spiel? Nein, nicht ins eigene Tor, Leute. Oh, nö. Was macht ihr, ey? Wir haben echt jetzt drum gebettelt. Jetzt haben wir echt drum gebettelt. Wir kriegen das Ding nicht raus. Baby, was machst du denn da? Wir fahren das die ganze Zeit selber. Eigentlich kannst du mal fahren, aber das ist scheiße Steuerung, ey. Das ist scheiße Konkurrenwinkel, ey. Da haben wir jetzt echt drum gebettelt. Den wollten wir mal haben. Der hätte never fallen dürfen, der Ball. Äh, das Ding. Scheiße, Mann. Ja, 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 ja. Scheiße. Schön versenkt. Fehler wieder gut gemacht. Ich wollte an den Bildball, wobei ich fahren, aber... Ja, alles gut. Ja, wir haben aber allgemein umgebettelt. Wir haben das Ding selber nicht rausbekommen. Wir haben das Ding selber nicht rausbekommen. Scheiße drauf kommt. Jetzt haben wir nicht das Fleisch, sondern wir haben das Ding jetzt. Ich füge die Ton noch rein. Ach, oh doch, Appel. Ich will, Markus. Ach. Ach, geh mir nicht auf die Wüsse. Meine Fresse ist das vierte Mal zu miteinander. Ich will genau bei der Nase wegnehmen. Nein! Es ist zum Kotzen gerade. Fünfmal hintereinander nimmt er mit dem scheiß Buß weg und dann haut er das Ding noch rein, am Ende. Ah, der fährt voll runter, oder? Ja. Schade. Mann. Die war so vermeidbar. Der Sack, der nimmt mir fünfmal hintereinander den Buß weg und macht das Ding da noch oben rein. Oh, mein Gott. Okay. Okay. Mach mir nicht mehr. Oh, das ging schnell. Ja, aber das war jetzt von der Koordination tatsächlich allgemein schon ein bisschen besser. Das waren jetzt einfach nur zwei, drei unglückliche Gegentore, die eigentlich so was von vermeidbar waren. Also zumindest das eine Ding. Da mit. Ah, Mann. Schön gemacht, Kev. Nein, da war noch einer. Ja, ich habe gedacht, du kriegst ihn in die Mitte. Ja, ich habe den eigentlich mehr auf dem Schirm gehabt. Ich wollte nur leicht anzupfen, dass der ein bisschen in die Mitte springt und nicht, dass der wirklich mit Gewalt da reingeht. Sonst hätte ich ein bisschen für das Feste reingegangen. Ich damit... Na, da kommt keiner ran. Nach daneben, nicht, Trottel. Ja, alles gut. Wir haben es geklärt. Passt. Okay. Genau. Aber beschissen getroffen. Oh, der könnte gehen. Hat euch nochmal aufgepasst. Sorry, ich kann nichts dafür. Sorry, ich wurde reingeschoben. Komm, komm, komm. Er geht Richtung Tor. Ja, der geht, ich bin ein bisschen in die Ecke. Keiner von uns hinten. Weg damit. Schön aufgepasster Markus. Sorry. Nein. Das ist schon lange genug. Jetzt haben wir vorbeigefahren. Nein. Aber das ist es heute. Wir kriegen das Ding nicht vorne noch vorne gespielt und der macht einfach so lange Ball. Okay. Sorry. Mann. Ich krieg nochmal in die Mitte. Mach ich selber. Eine Babys Vorlage. Nach dir? Ja, gut. Okay. Klar. War nicht schlecht. Ich dachte, ich hätte den erwischt. Egal. Ausgleich. Der kommt in unsere Richtung. Chill. Chill. Nein. Das ist schwer. Oh Mann, ist das zum Kotzen gerade. Das ist genau das, wovon ich die ganze Zeit spreche. Wir hocken Spiele alle um den Ball herum. Zum. Böck mich. Vielen Dank.